Ich habe mich in dies verfallene Haus. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es ist so ruhig. Wenn wir aus diesem Haus ein Projekt, wenn wir das Haus auch der Öffentlichkeit. Ich habe bereits einen Entwurf. Man hört seine eigenen Gedanken gar nicht mehr. Zur Eröffnung eines Vorstellungsraumes zur Gestaltung menschlicher Transjahler. Ich weiß, Erika, ich habe hier nichts, aber auch das. Manchmal, da stehe ich mitten in der Nacht auf und denke, scheiße, die Welt. Der Amazonas brennt. Und dann folgt als Zwischentitel. Und das ist erst der Anfang. Wie kannst du nur so kalt herzen? Du bist Erde! Ja, du bist. Du bist das Erde! Warum immer mehr? Warum immer alles anders? Warum nicht sagen, gut? Es ist gut. , glaube ich. Vielen Dank.